Ob Fragen rund um Energiesparthemen oder Fragen rund um die aktuelle Stromrechnung. Jeder Interessierte kann sich nicht nur telefonisch, sondern vor allem auch digital an die Energieberatung der Salzburger G wenden. Wir haben 2018 im Rahmen der Innovation Challenge den Einsatz von künstlicher Intelligenz für den Servicebereich betrachtet und haben da die digitale Assistentin Lea geschaffen. Und Lea gibt es in verschiedenen Ausprägungen jetzt. Zum Beispiel einmal als Chatbot auf der Website, aber auch als Sprachassistenten-Zusatzfunktion. Und da haben wir uns ganz stark das Thema Energieberatung angesehen und haben einen Live-Chat mit der Energieberatung zum Beispiel bei der Lea auf der Webseite integriert. Aber auch die Möglichkeit geschaffen, dass man eine digitale Energieberatung über Alexa oder über den Google Assistant nutzen kann. Beim Lea Live-Chat reicht ein Blick auf die Website der Salzburger G. Dann sieht man gleich auf der Startseite ganz unten rechts so ein pulsierendes rotes Symbol. Und das öffnet sich nach ungefähr 10 Sekunden. Man kann es aber auch anklicken. Und dann kann man mit der Lea, mit unserer digitalen Assistentin, schreiben anfangen. Wenn man dann merkt, ich würde aber gerne mit einem menschlichen Kollegen von der Energieberatung sprechen, dann ist das kein Problem. Dann sagt man das der Lea. Und sie übergibt nahtlos an den Live-Chat mit der Energieberatung, wo man dann wirklich mit einem menschlichen Kollegen schreiben kann. Wer die Energieberatung über Alexa kontaktieren möchte, braucht das Gerät von Amazon zu Hause und aktiviert im Skillstore die Energieberatung. Und ab dem Zeitpunkt kann man mit Alexa starte Lea Energieberatung unseren Skill, so nennt man das, aufrufen und die digitale Energieberatung nutzen. Alexa starte Lea Energieberatung. Schön, dass du Lea Energieberatung gestartet hast. Willst du eine Energieberatung oder lieber Energiespartipps? Ich hätte gerne die Energiespartipps. Moderne Heizungs- und Zirkulationspumpen sind stufenlos verstellbar und passen automatisch den Verbrauch an den Bedarf an. So können die Pumpen effizient arbeiten. Bei der Google Action ist es so, da muss man nichts aktiv aktivieren. Da funktioniert Google ein bisschen anders als Alexa. Da muss man für seinen Google Assistant, den man am Handy hat, oder man hat ein Google Home Gerät zu Hause stehen, ist beides möglich, muss man nur Drittdienste aktiviert haben. Und dann kann man einfach sagen, mit Lea Energieberatung sprechen und schon beginnt quasi unsere digitale Energieberatung. Willkommen bei Lea Energieberatung. Schön, dich zu hören. Ich bin die digitale Energieberaterin der Salzburg AG. Du kannst bei mir zwischen einer Energieberatung, Energiespartipps oder dem Quiz für World Changer wählen. Was davon möchtest du? Quiz für World Changer. Bist du ein echter World Changer? Im folgenden Quiz kannst du dein Wissen rund um Energieeffizienz und umweltbewusstem Verhalten unter Beweis stellen. Die digitale Energieberatung erfreut sich bereits großer Beliebtheit bei den Kunden. Ganz klar Vorteil ist, ich kann das jederzeit machen. Ich habe die Sprachassistenten, die rund um die Uhr für mich verfügbar sind, auch wenn unsere menschlichen Energieberater zum Beispiel mal Feierabend haben. Das ist ein ganz klarer Vorteil, dass sie einfach immer verfügbar sind zu Hause bei mir. Ich kann es auf der Couch nutzen, ich kann es im Auto nutzen, egal wo ich bin. Beim Live-Chat ist auch der Vorteil, nicht jeder greift gerne zum Telefon, nicht jeder wartet gerne auf einen Rückruf beispielsweise oder füllt ein Kontaktformular aus. Und da bietet sich der Live-Chat einfach perfekt an, dass man direkt und schnell mit dem Energieberater kommunizieren kann. Bei komplexeren Themen kann natürlich jederzeit ein Termin vor Ort mit einem echten Energieberater vereinbart werden. Da gibt es die ganz klassischen Wege, wie man dann die Energieberatung auch noch erreichen kann. Entweder man macht sich einen Termin über einen Live-Chat aus, schickt eine Mail, nutzt das Kontaktformular oder ruft einfach an. Nicht alles ist immer über digitale Assistenten sofort zu klären, gerade wenn es sehr stark in die Tiefe geht. Alle Infos rund um die Energieberatung der Salzburg AG finden Sie auf www.salzburg-ag.at slash Energieberatung